Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute geht es um die Bedienung der Truma und die Anbindung der App iNet von Truma. Wir schauen uns das ganze mal an, wie man das ganze steuert und auch wie man die App vernünftig benutzt. Ja, ich stehe hier im Weinsberg und zwar Cara Compact Edition Pepper. Wir haben dieses Fahrzeug hier bei uns in die Familie mitbekommen und ja genau, da wollen wir euch einfach mal zeigen, wie man die App Anbindung nutzt, wie man sozusagen sich verbindet mit der Truma iNet. Das ist das erste und im zweiten Step zeige ich euch hinter mir das Bedienpanel. Dort, dieses schwarze, das ist das Bedienpanel, dass man auch die Heizung natürlich und den Boiler, also Warmwasser, auch ohne App dann dementsprechend bedienen kann. Wie man das ganze macht, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, beginnend, wie gesagt, werden wir mit der Anbindung der ganzen App-Geschichte. Das will ich euch einmal zeigen. Ich muss hier im Cara Compact Edition Pepper von Weinsberg, muss ich hier dieses Polster sozusagen entfernen und da drunter befindet sich hier die ganze Truma Heizung selber und nicht zu vergessen, hier neben dem Elektroblock, da ist das Truma und zwar ist das die iNet Box von Truma und genau. Was ich da jetzt genau dran machen muss, das zeige ich euch. So, als allererstes brauche ich natürlich die App von Truma. Das ist die Heizungssteuerungs-App. Die könnt ihr in euren App-Stores ganz normal finden. Das ist für Apple als auch für Android genauso, ja, ich sag mal, verfügbar. Das ist gar kein Problem. Und was man jetzt ganz einfach machen muss, ist, wir gehen jetzt an diesen Kasten ran von dieser Truma. Hier ist das etwas bisschen doof verbaut, nämlich direkt hier ist die Isolation und da dran befindet sich ein kleiner Knopf. Ich werde versuchen, euch das mal in einem Bild einzublenden. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, das hat einmal geklickt, dann fängt diese LED an zu blinken, die blaue. Das ist nämlich das Bluetooth. So, jetzt wo diese blinkt, ist sie sozusagen bereit zur Verbindung. Und das Ganze zeigen wir euch jetzt nochmal in der App. Das könnt ihr gleich ein bisschen besser sehen. Da ist das nämlich so, dass ich dann einfach sage, ich möchte, ja, unter den Einstellungen, ja, ich gehe jetzt einfach auf die iNet, also Truma iNet Box einrichten. Das ist der erste von oben. Da klicke ich einfach drauf und sage Bluetooth einrichten. Jetzt sagt man mir hier, ich soll eine Verbindung, wird jetzt sozusagen aufgebaut. Das Ganze ist jetzt auch geschehen, weil ich diesen Button gedrückt habe, sozusagen, dass er, ja, dass das Ganze blinkt. Das Ganze blinkt jetzt auch nicht mehr. Das kann man auch jetzt sehen, sondern es leuchtet jetzt nur noch blau. Damit haben wir auch eine Verbindung. Und dann sage ich einfach in dem Fall weiter. Die ganze Geschichte ist verbunden. Wenn wir jetzt eine SIM-Karte haben, die wir hier in dem Fall nicht haben, kann ich hier auch noch der Truma sagen, was ist der SIM-Pin von der Karte. Ich kann das Ganze noch benennen, wenn ich hier zum Beispiel auch mehrere Truma habe, dann die Telefonnummer der Truma Box. Also, das heißt, die SIM-Karte hat ja auch gleichzeitig eine Telefonnummer und dann war es das Ganze. Ich bin hier jetzt schon automatisch verbunden, indem ich die halt einfach am Anfang verbunden habe. Ich gehe dann sozusagen auf Home einfach zurück und dann bin ich zurück. Ja, kommen wir jetzt zur Steuerung der App. Also, das heißt, wie verbinde ich die oder beziehungsweise wie stelle ich das Ganze jetzt ein? Das geht nämlich über den Button hier in der App Fernsteuerung. Dort kann ich als erstes erst einmal die Heizung natürlich einschalten. Hier kann ich eher sagen, was für eine Temperatur rausgewählt werden soll. Ich sage jetzt mal hier 16 Grad. Die Belüftung soll auf Eco laufen. Wir können sie aber auch auf High stellen, dann wird es natürlich schneller warm. Temperatur für den Warmwasser geht einmal natürlich auf Eco oder auf Hot. Eco heißt so um die 40 Grad des Wassers und Hot heißt dann um die 60 Grad des Wassers. Ja, das Ganze kann man hier auch noch mit einem Timer steuern. Das heißt, ich kann hier auch noch den Timer einrichten. Ja, aber wir schauen einfach mal ganz kurz zum Bedienteil. Dort sieht man jetzt, dass es sozusagen die Temperatur bekommen hat und sie fängt jetzt an zu heizen. Wir haben hier aktuell kein Gas an, das heißt sie wird wahrscheinlich gleich auf Störung gehen. Aber was ich jetzt mache ist, ich schalte die Heizung einfach wieder aus. Und dann müsste man einen kleinen Moment warten und jetzt steht einmal kurz App und damit ist die Heizung auch wieder aus. Also relativ simpel. Die Übergabe geht dann auch ganz schnell, sodass man gar nicht lange warten muss, bis die Heizungssteuerung von der App dann dementsprechend auch übertragen wird. Ja, ich möchte euch noch eine Kleinigkeit zeigen, was ich noch entdeckt habe in dieser App, was ich ganz gut finde. Dazu gehe ich wieder auf den Homebutton oben rechts in der Ecke. Und ja, wir haben hier noch ein paar Werkzeuge. Das ist ganz witzig und ganz interessant, wenn man zum Beispiel einmal das oberste Werkzeug sich anguckt, nämlich das ist die Sonnenausrichtung. Dort kann man, wenn man da drauf geht, sehen, wo in welche Richtung die Sonne gerade ist. Und hier kann man jetzt auch sagen, ich bin, gut, bei mir, ich habe hier gerade kein GPS, deswegen habe ich das Problem, dass ich diese App sozusagen da so gerade nicht nutzen kann. Das müsste ich dann halt einfach draußen machen, dann geht das auch ganz gut. Und dort kann ich auch sagen, wann die Sonne wo ist. Also wenn ich zum Beispiel morgens gleich Sonne haben möchte, kann man sich das dementsprechend das Fahrzeug gleich so ausrichten. Was ich auch noch ganz gut finde, das ist die Niveauregulierung. Ich kann hier drauf gehen und sagen, das ist für Caravan als auch für Reisemobile. Da sage ich jetzt einfach mal OK. Und ja, wenn ich im Prinzip dieses Handy jetzt dann sozusagen dorthin lege, einfach mal um zu gucken, ja, wie sieht das denn eigentlich aus? Wie stehen wir denn eigentlich? Dann kann man hier sozusagen sogar genau ablesen, wie viel Zentimeter ich wo unterbringen muss, damit ich dann dementsprechend auch gerader stehe. Den Abstand oben, also die App fragt am Anfang natürlich gleich nach den Abständen. Ich gehe jetzt einfach mal hier in die Abstände rein. Das sind die Maße für den CARA Compact Edition Pepper, damit man das auch mal weiß. Abstände, also Achsabstand und auch dementsprechend der Spur, die Spurweite. Das muss man dann halt einfach einmal messen oder halt im Fahrzeugschein sich raussuchen. Und dann kann man das dementsprechend dort eingeben. Ja, finde ich ein ganz nettes Werkzeug auf jeden Fall, um schnell nochmal zu gucken, steht der Wagen eigentlich gerade oder muss ich nochmal irgendwo ausrichten? Und vor allen Dingen, wie viel Zentimeter muss ich zu welcher Seite hoch oder runter? Wie auch immer. So, also im zweiten Teil habe ich euch versprochen, erzähle ich euch nochmal kurz, wie das Ganze mit der Truma funktioniert. Also sprich, wie ich die jetzt genau einstellen kann, damit ich Temperatur und auch Warmwasser schnell regeln kann. Das ist auch relativ einfach. Ich drücke einfach einmal in der Mitte rein. Dann sieht man so ein paar Zeichen, die dann auch dementsprechend blinken. Angefangen mit der Temperatur. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann blinkt das Wasserzeichen. Wenn ich weiter nach rechts gehe, dann geht es auf die Belüftung. Ganz unten ist der Timer. Und wieder noch weiter ist die Uhrzeit und dann halt noch ein bisschen die Einstellung für das gesamte System, was man eigentlich nie braucht. So, ich gehe mal als erstes auf die Einstellung für die Temperatur im Fahrzeug. Wir drücken einmal in der Mitte drauf. Aktuell ist sie off. Wenn ich jetzt nach rechts drehe, dann kann ich die Temperatur dementsprechend einstellen. Ich sage mal hier in dem Fall 16 Grad. Ich drücke OK. Zur Bestätigung muss einfach noch einmal OK drücken. So, und dann wird das Ganze dementsprechend jetzt aufgeheizt. Zurück können wir auch gehen. Also wir sehen hier oben jetzt auch die Flamme, die ist dazu gekommen. Und dementsprechend fängt die Heizung gleich an zu heizen. Wir schauen uns jetzt hier nochmal die Warmwasser. Das gleiche ist genauso. Ich drücke einfach einmal drauf. Gehe dann auf Eco oder auf Hot, wie auch immer. Also 40 und 60 Grad circa. Ich mache einfach jetzt mal Eco in dem Fall. Drücke das Ganze nochmal. Und schon läuft das Ganze. So, dann gehen wir auch wieder zurück. Wir sehen die Sachen blinken, weil sie sind noch nicht aufgeheizt. Das heißt, sie sind gerade im Gange. Das gleiche gilt für die Geschwindigkeit und dann auch dementsprechend die Lautstärke im Van für das Gebläse. Dort steht gerade alles auf Eco. Ups, so, einen kleinen Moment. Da wollte ich gar nicht hin, sondern ich will da auf den Ventilator. Da kann ich dann dementsprechend auf High stellen. Jetzt haben wir natürlich den Fehler, weil gerade kein Gas ist. Das hat er also erkannt. Ich habe die Gasflasche nicht aufgedreht. Das ist auch dann dementsprechend die Fehlermeldung, wenn das Gas leer sein sollte. Dann werden wir einfach mal ganz kurz, nur das nochmal weiter durchgehen. Dementsprechend auf High, so kann man dann das auch einstellen, dass es dann schneller aufheizt, der Wagen. Ich gehe wieder auf Standard, auf Eco zurück. Und würde hier auch ganz einfach mal kurz die Heizung, beziehungsweise das war jetzt eben das Warmwasser. So, gehen wir nochmal zurück. Und hier gehen wir noch auf die Heizung. Die stelle ich jetzt auch einfach nochmal aus, um damit hier dementsprechend nicht gleich wieder eine Fehlermeldung für das Gas kommt. So, noch einmal gedrückt zur Bestätigung. Und das war es dann. Mit dem Pfeil zurück kann man dann dementsprechend zurückgehen. Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal ganz kurz an, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Timer. Wenn man jetzt morgens zum Beispiel schon, ich sage mal, das vorprogrammieren will. Ja, dann gibt man einfach Startzeit ein. In dem Fall sage ich jetzt mal, keine Ahnung, machen wir mal 7 Uhr. Ja, ein bisschen braucht es ja auch, bis das dann warm wird. Und die Endzeit, ich sage einfach mal in dem Fall 7 Uhr. Und dann, weiß ich nicht, machen wir mal 30. So würde das Ganze eine halbe Stunde laufen. Und hier kann man dann die Gradzahl einstellen als nächstes. Ich sage mal jetzt hier 16 Grad. Und das Warmwasser könnte ich jetzt hier auch gleich noch mit einstellen. In dem Fall einfach drücken auf Eco und fertig ist die ganze Kiste. So, jetzt sieht man, dass das Ganze on ist. Ja, und wir haben jetzt hier oben einen Timer bekommen. Das heißt, dass der Timer aktiviert ist und dementsprechend auch zur Verfügung steht. Also das heißt, er ist programmiert für morgen früh. Und zwar zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr wird aufgeheizt auf 16 Grad. Und Warmwasser produziert für 40 Grad. Also das war ja Eco dementsprechend. Genau, also relativ einfach. Ja, schauen wir uns dann doch nochmal die Ureinstellung. Das macht man hier einfach drauf. Ändern beide Uhrzeiten. Und schon, weil es gibt ja auch, ich sage mal, Sachen, wo man mal in eine andere Zeitzone reist. Dann macht das schon Sinn, auch die Uhrzeit dementsprechend einzustellen. Ja, für die Einstellung, das braucht ihr eigentlich nicht. Das macht die Firma, die Truma, sage ich mal, einstellt. Also da brauchen wir gar nichts mehr großartig dran machen. Wer will, kann da theoretisch mal reingucken. Aber ja, ist eigentlich eher uninteressant und ist nichts für den Bedarf, dass man da irgendwas einstellen muss. Ja, das sollte es zu diesem kleinen Technik-Video einfach mal gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gern einen Daumen nach oben da. Truma teilt das Video, sodass auch jeder weiß, wie im Prinzip die Bedienung der Truma funktioniert. Es ist wirklich nicht schwer, es ist relativ einfach. Ich habe festgestellt, dass man, wenn man halt am Anfang dort das erste Mal die bedient, dann stellen sich so ein paar Fragen zwar schon, aber ich denke mal, dass ich diese in diesem kleinen Video hier, ich sage mal, erläutern konnte und euch weiterhelfen konnte. Ansonsten, ja, abonniert gerne unseren Kanal. Wir haben immer mal wieder, ich sage mal, so ein paar Technik-Videos, als auch unsere Reise-Vlogs, die wir bei euch, also für euch drehen und auch natürlich für uns, unsere Reise-Videos natürlich auch. Und ansonsten, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als, ja, schaltet bald mal wieder ein bei einer neuen Folge von Kreuzfahrt-Bulli. Bis dahin. Tschö. Tschö. Bis zum nächsten Mal.